So und damit herzlich willkommen zu unserem nächsten Let's Play. Wir sind immer noch in der Session zusammen mit dem Florian. Wie gesagt, das ist alles hier noch Lernrunde, was wir hier machen. Wir sind es momentan noch gewöhnt, alle Battlefield 3 zu spielen. Könnte also derzeit besser aussehen. Admin have fun and tbls. Was? Keine Ahnung, was das heißen soll. Habt Spaß, habe ich verstanden. So haben sie schon eingenommen. Könnte ich eigentlich gleich zu B laufen. Okay, B haben sie auch eingenommen. Also ist eigentlich scheißegal, wo ich hinlaufe. Na gut. Das ist, was sagt denn die Uhrzeit? 10 vor 3 oder was? Achso, ja, ja, dann sind letzte Runde. So. Ähm. Boah, ist der Punkt weit weg. Wahrscheinlich, weil wir so weit weg sind, dass wir es nicht mal messen können. So. Was ist das denn? Leck mich doch. Das war eine Scheiße. Nicht du. Nicht du. schaffst du. Wo fährt denn dieser scheiß Panzer hin, ey? Lass mir doch mal einen übrig. Kommt das denn her? Ach na klar, ach das ist doch zum, was hat denn der da, ne Machete, mit Machete hat er mich fertig gemacht. Ich will auch in der Machete. Wieso Messern, funktioniert doch ganz gut. Muss halt nur einen Stick nach unten drücken. Mit. Ja. Auch mal. Komm mal hier durch. Kann sein, dass hier irgendjemand den Punkt einnimmt? Gut, ja dann fahr mal weiter, komm. Hm, markier vor allem den Gegner, wenn du die siehst. Warte jetzt, komm, 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 komm. Ja komm, aussteigen, aussteigen, aussteigen. Hier krieg ich nicht mehr so schnell manipuliert. Fahrzeug zerstört, gut. Und wenigstens Hilfe kill. So, wo schlechst denn du dich lang? Da drüben. Bei den Ballern, hm hm hm, ich sehe schon. E ist cool. Geh mal hier über die Mauer, hm. Oder nee, warte. Geh links lang, weil links ist Action. Links von dir, links von dir. Wieso komm ich denn hier nicht hoch? Oh, ey. Bist du bei Super Mario, kannst du wenigstens Double Sprung machen. Echt? Oh, die, die Waffenwechsel, ey. Der dauert so lange, der dauert so lange. Wisse, das ist, das ist ja nicht mal so, als wäre es eine Kriegssimulation. Wisse, da müsste das ja noch länger dauern. Oh, das ist doch, oh. Und du bist doch wahrscheinlich tot, hm. Ja, natürlich. Oh, ist das so gut. Markierst du bitte eh? Sag mal. Spottest du den auch mal? Oh, das ist doch lächerlich. Nein, nicht du, nicht du. Ich rede, ich rede ja gerade mit, äh, mit dem Spiel. Wo ist das denn? Ja, und hat's denn was gebracht? Lalalala. Aha, warum bin ich so rumgelaufen? Warum hört das nicht auf? Oh, Gott sei Dank. Wieso ist denn der Panzer schon kaputt? Oh, das wird zum Kotzen. Ach, leck mich doch. Warum passiert denn da nichts? Das ist, was habe ich denn für beschissene Waffen? Mann, ey. Fick die Henne, ey. Primärwaffe, was haben wir hier? Tät, Feuer. Hm. Äh, nicht in meinem Universum. So. So. Sneak doch nicht drum. Also eine scheiße Mörser. Das ist bestimmt irgendwo ein Mörserfeuer in der Nähe oder ein Panzer. Woher kommt das her? Oh, Sniper! C4! C4! Oh nein! Weil du C4 noch sprengen kannst, nachdem du tot bist! Das ist so ein... Ah nee, wer hat sich die Scheiße bloß ausgedacht? Echt jetzt? Warum? Warum? Wie oft muss ich den denn treffen? Oh, ihr seid doch solche Wichser, ey. Ernsthaft. Wer auch immer dieses Scheißspiel programmiert hat, ey. Oma. Anscheinend ist plötzlich von dir ein falsicher Helikopter. Wir haben Verfolgung über Einsatz Ziel Bravo verloren. Was? Von hier? Oh! Wo bist du eigentlich? Was? Oh, jetzt häng ich auf dem Dach hoch. Wie komm ich denn hier hoch? Äh... D. Was soll das denn bringen hier auf dem Dach? Ihr seid ja alle tot hier. Ihr seid ja tolle Teamhilfen. Ist hier irgendwo was Besonderes? Hallo. Das könnte was werden. Das könnte was werden. Wo kommt das her? Ne, du könntest mal Versorger machen und nicht die ganze Zeit mit... Oder was auch immer hier Munition hat. Einsatzziel Echo ist verloren. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Panzer. Wendlich deiner aktuellen Stellung. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Charlie übernommen. Was ist denn das hier? Oh, mein Herr, ich stehe nur im Weg. So. Ja. Äh, 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 Winter. Na, ich bin schon runtergesprungen. X natürlich. Ach, äh, 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 so zum Gottschen. Oh, vor allen Dingen. Ich gehe immer davon aus, dass das ihre Geburtsjahre sind. Wissen, wenn der hier steht 98, 99 und so weiter. Wenn ich mir überlege, dass ich von solch, wisset ihr, nicht mal Haare am Sack und die machen mich fertig. Oh. Warum? Why Lord? Why? Bin denn hier Erdgeschoss? Was ist da los? Hä? Schon wieder ein Sniper? Ey, diese diese verfickten Sniper Okay, es kann weitergehen Aufpassen, ich hab nen feindlichen Sniper in eurem Bereich Nee, nee Ich hab nen feindlichen Sniper in eurem Bereich Ich hab nen feindlichen Sniper in eurem Bereich Sag mal, wenn ich wenn ich dich markiere, tötet ihr die auch mal Ich hab nen feindlichen Sniper in eurem Bereich Wo ist dieser Dreckspatz? Ich hab ihn doch gerade Er ist bestimmt hier runter Ach, leg mich aus Ach, das ist doch so zum Kotzen, ey Das ist so zum Kotzen Es wird Zeit, dass Stefan mitspielt So Wahnsinn, ey Lächerlich 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 Conquest Star, für was denn? Naja Naja, gut Wo steh ich denn? Ach wie schön Naja, sowas teilt man nicht Vier nur getroffen Und du hast mal wieder gar keinen getroffen Bist aber trotzdem nur knapp 100 Punkte hinter mir Na gut Alles klar, Leute Gut, dann sag ich erstmal herzlichen Dank fürs Reinschalten Ich hoffe, das wird einfach besser Das muss einfach besser laufen Demnächst Ja, so kann das nicht weitergehen Na gut Na gut Alles klar Dann sag ich, wie gesagt, herzlichen Dank fürs Reinschalten Schaut euch auch den anderen Stuff an, den wir auf der Internetseite haben Findet ihr alles hier auf der Endcard zur Ruhe News Fußballspiele Hm, was brauchen wir Gut, alles klar, Florian Dann herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal